so aus irgendwelchen gründen haben wir immer noch hier unten wir finden es hier so schön größte neuster stand der technik höchste hygiene zustände ich bin rechts ok ich nehme links ich bin leer ich hab noch zwei Schuss, drei Schuss Was ist das für ein Gestank? Es kann uns jetzt egal sein So Ich frag viel Schuss beim Okay, jetzt hatte ich noch zwei Kugeln und zwei Headshots Eben Scheiße, hier hab ich auch nur noch drei Schuss drin Jetzt hab ich null Schuss Ich hab über 100 Schuss Scheiße Jetzt hab ich wieder ein bisschen los Warum guckt man auf deinen Bildschirm, wird man eingeschossen Warum guckst du auch auf meinen Bildschirm? Du hast auf meinen Bildschirm nichts verloren Meiner Meins Wow So, kann ich auch Siehste mal Was zur Hölle Wir müssen weiter, Mann Nix wie raus hier Ach ne, überwintern wollte ich hier unten nicht Komm, einmal nachladen Komm, einmal nachladen Der Typ hat hinter sich Linke Seite Ja, ist doch schon lange weg Bedrohung neutralisiert Guck mal, dann will man da hinter in Deckung gehen Dann kann man das nicht Ist halt doof, wenn man scheiße im Kopf ist, ne? Na Ist das eckig Kartell ist Sauberkeit vermutlich ziemlich egal So Allerdings Yes Ich hab noch nie so viel Nahkampf-Skills gemacht Wow Das war geil Das war für den Arsch Mach den fällig und ich Oberste Priorität wäre jetzt Was ist der Ausgabe? Hä? Warte Ja, die habe ich gar gesucht Hey, du darfst jetzt nicht den Kopf verlieren Sonst kommen wir hier nie raus Okay? Okay Kapiert Boah, ich will das immer voll komisch, wenn der Royals über Funk spricht, weil du das nicht als Funk irgendwie mitkriegst Ich denk dann immer, es ist einer von uns beiden Ja Schon Ich fang einfach mal an zu ballern, obwohl ich gar nichts treffe Doch, du hast was getroffen Ja Aber die ersten 6 Schuss gingen einfach mal ins Leere Okay Ich hab nur 8 Schuss, also Der Scheiße Okay, ich weiß wo der ist Ich weiß nicht, den Vorscher Ich hab die ja gott Ach Ja, ich bin hier gerade von außen anzugucken Alter Ja, wo bist denn du schon wieder? Am Käfig Hier ist der du Madelf in der Kopf Da Danke Keine Ursache Was machen die hier? Hundekämpfe? Hoffentlich nicht Hast du die irgendwie auch mit dem Messer erwischt? vielleicht kommen wir aufs dach warum das wohl getan hat ich kapier es nicht durchgedreht das ist mehr als durch gedreht das ist kamen gefunden und jetzt alles kleiner bezahlt ja wieso nicht gleich level 20 juhu ja 21 waffen final m4 as falken klar hatten wir gerade die ganze zeit zur verfügung ja was er hat unsere ausrüstung ist aber ich habe eine nachricht für rios el diablo ist zählen wiederholen die jungs sehen fast wie echte versaten die haben scheinbar bemerkt dass wir hier hinter mir hinter mir verdammte schweißen sanitäter doch das scheiß im vier jetzt auch ja toll da waren jetzt noch so genau 50 schuss oder so drin 13 53 was soll man hier liegen nur pistolen munition doof da liegt doch eine waffe auf dem boden warum kann ich die nicht aufnehmen keine ahnung leck mich dann gehe ich weiter mit der pistole letztes magazin zehn schuss kann man durchaus das scheiß bezeichnen ja eigentlich auch 160 schuss pistole umlauft die ja pass auf die sind teilweise gepanzert ich gebe die deckung los ich habe auch nur noch zwei magazin der pistole weiter hier liegen ganz viele gewehre ja ich habe mir aber gerade schlecht weg das ist das machen die mal unter sperrfeuer beitreifer um p45 und das ordentlich und weiter vor ich habe auch eine granate die habe ich noch nicht hey oh hier kriegt man gut munition weiße warum was ist doch so was hältst du davon immer im falschen augenblick nachladen ich habe noch ein bisschen mehr ich habe ich habe wieder ein m4 hast du deine pistole abgebildet hast du zwei gewehre ich habe eine ump und ich habe einen m4 wo habe ich meine habe ich das m4 hier das habe ich nicht aufgenommen wollte ich doch einfach ich tue ich auch könnte durchaus schlimmer sein keine ahnung einfach besser als der beschädigte pass aber auf ich will hier nicht fail die kriegen erstmal eine granate nach dahinten keine munition mehr alter die granaten die explodieren so früh die kannst du gar nicht weit werfen so geht das mal ohne witz ich kriege hier gerade voll ja dann kommt doch was nach hinten eh parat dann kommt doch trotzdem was nach hinten dann bist du erstmal was geschützt da oh ja tatsache oh ja aber die ump die macht gut der mensch äh leck mir die eier ich überlegen ob du die gleich auslustest naja so anstatt der dau seite durchaus charakter 10 jo ich nehme eine schrotflinte mit was hast du vor einer bastel oh ja da lässt sich mit arbeiten oh ja da lässt sich mit arbeiten warte keine ahnte keine ahnte so ok soo soo ich weiß dass da hinter dir noch locker mal 10 Typen raus kamen ne ja der eine rutschte gerade an mir vorbei und ich hatte irgendwie ne Messer bedöst das ich hätte machen können aber soo kein Problem den in der Ecke habe ich gerne für dich übernommen burn hey wie sind die lemminger ey wie die lemminger echt pass mal durch super spiel sollten wir eigentlich noch mal gucken dass wir das anstört irgendwo herkriegen was dein lemminger habe ich nie gespielt fand das damals total cool ich hab das mal auf der arbeit mit meinem dead mit zu machen machen wir aha juli und bk sondern wirklich mal gucken wird um einiges über 500 sogar hast du auf jeden fall gut vorrat ich werde auch mal auf die umsteigen ich habe kaum noch money für meinen 4 gut dann hat sich das money problem wahrscheinlich jetzt auch erlegt ja ich denke doch level 21 wir haben eine panda maske freigeschaltet alter was hat der rios noch mal für komische schwulitäten mit dem panda gemacht um eine art zu schützen panda weil das nicht in dem zoo ja ich kann mich nur noch an den daran erinnern weil du dann die tiger erschossen hat es kann mir aber daran hatten aber nicht weil ich den tiger erschossen auf einmal wieder pistolen in der hand und ein leck machen wir ein paar viele oder ich meine das hat uns bisher auch nicht gestört aber 234 ab geht ja das war jetzt irgendwie gut geteilt die räumen gut auf da sehen sie evakuierungsteam hier wir haben sie ab jetzt habe ich wieder meine dauern muss ich nicht umstellen ich weiß es nicht wie nach australien drauf gekommen ist ja ok ich glaube treppe hier treppe wenn man den hinterher wir sollen aufs dach deswegen würde ich sagen wenn man auf dem dach will muss man normalerweise in gebäuden immer hoch hier ist aber nichts ja dann würde ich sagen immer noch da lang wo wir können hier kommen wir doch jetzt doof müssen wir hier lang hier ist doch mein gott hier ist doch ein durchgang jetzt aber nur runter aufs dach halten ja runter aufs dach und jetzt ich besorge mir jetzt gleich ein spaß ohne witz nehmen wir eine ump so kommt den buchstum mal wieder was für meinen rücken da habe ich auch gehört oh das ist doch das was aus in dem preview video waren ich glaube schon ja ja es ist ja schön dass du was zu tun hast juhu viel spaß was hast du da für kranken granaten werfen ganz halt ich habe so granaten finde ich einfacher überdeckung ja ok ich halte mich jetzt links muss nachladen gut ich bin safe ich komme jetzt auch runter weil da kam doch jetzt gerade eine ganze menge lang hier frontale rein wenn jung machst du nix grundlawyer sterben kalt kalt oh hilf ja auch auf kalt einfach mal so sinnlos alles kaput schießen. Alter. Was ist das jetzt? Ja. Alter, der gehört mir. Leute. So. Auf Rambo-Reise haben wir uns da jetzt durchgeschnitzelt. Da gab's ein bisschen Ärger. Wir sind gleich da. Oh, guck mal. Da dürfen wir schon nicht mehr runter. Ich bin da durchgelaufen und dann kam schon das Verbotszeichen. Das hatte ich eben auch kurz einmal. Ja komm, brechen wir auf hier. Nicht lange fackeln. Auf beide Türen. Nein. Nice. Alter. Um weiter zu kommen müssen wir wohl rüber. Da kommen jetzt ja auch noch ein paar Piefels. Woran waren wir noch? Schade, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass die auf deiner Seite jetzt alle ankommen. Ich glaube wir müssen. Ja. Kein Hoch auf den Nahkampf. Ein wahres Wort. Und wieder mal mein Rücken. Oh. Scheiße. Äh. Jo. Jetzt war's meiner. Du bist aber sehr weit durch. Wir kommen wieder hoch. Gib dir Deckung. Höch gemacht. Ja. Hier geht's doppelt tiefer. Wow. Kann dir auf jeden Fall da ein bisschen Blick umgeben. Ja. Das ist eigentlich hier sehr verbunden. Ja. Hast du jetzt eigentlich die Kraft beim S4 dran? Was denn? Hast du die Kraft jetzt beim S4 dran? Ja, ich hab den, ähm... Präzisions-Klappschaft. Hab ich ja auch. Ja. Ohne Witz. Jetzt zeig dich doch mal da. Nice. Wollt grad fragen, wie safe ist. Bei mir ist safe grade weniger safe. Aber ich arbeite daran, dass es wieder safe wird. Arbeite du dich auch immer am besten von Deckung zu... äh... Von Deckung zu Deckung zu Deckung. Du ich grade. Bin an der Treppe. Sooo, den haben wir. Jo. Da war doch noch einer. Geh hoch, ne? Okay. Ja, aber ich komm hier nicht weg. Du musst mir... Wow. Erst das Tor runterlassen. Okay. Guck bitte, dass die mir nicht im Rücken fallen. Ja, ich hab hier grad geblieben. Das wird noch selber zu tun. Jungs, ihr hattet nie eine Chance. Gut gemacht. Vorsicht. Ich verschaffe den Weg. Das ist klar. Dann machen wir das Ding runter. Cut! Los jetzt! Ich hab erst gedacht, ich muss hier irgendwie da ranhängen und die Taste drücken. Aber leider nicht. Ja, das hätt's ja wohl gerne, ne? Will ich. Ja. 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 Du darfst natürlich vorgehen. Juhu. Ich will aber auch nicht kommen. Juhu. Glaubst du den Typen hier erschießen? Ja. Ziemlich gut ausgestattet, der Heli. Absolut. Ist das unser Heli? Ich hoffe doch. Aber wir sollen ja auf jeden Fall aufs Dach gehen. Warum wird den Heli aufzuhauen oder so. Geht ich mal davon aus, dass unser Kill, wollte ich grad sagen, unser Heli sein wird. Geht endlich. Geht endlich klar. Ja. 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 Okay. Ja. Ja.